Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Und heute möchte ich dir mal drei Möglichkeiten zeigen, wie du mit Lightroom deine Himmel retten kannst. Denn manchmal will man ja in der Landschaft für den Vordergrund belichten und dann ist der Himmel meistens zu hell. Und wie man das machen kann, ohne dass man Filter vor der Kamera hat, weil das vielleicht manchmal zu schwer ist, das zeige ich dir heute in diesem Video. Viel Spaß! Ich habe mir jetzt hier mal ein Bild rausgesucht, was der Benni von mir auf den Ferroir-Inseln geschossen hat. Also ein kleines Behind-the-Scenes-Foto. Und hier ist der Himmel schon relativ ausgeblichen, aber halt noch nicht zu 100%. Das sieht man jetzt hier an dem Histogramm auch ganz gut. Und es stößt hier so ein bisschen rechts an. Und wenn ich jetzt hier rübergehe über dieses Dreieck, dann sieht man auch wo. Also hier in dem Bereich, da ist es wirklich komplett weiß. Aber ansonsten ist der Himmel noch relativ gut und man kann auch Details zurückholen. Man hätte jetzt hier natürlich mit einem Verlaufsfilter schon direkt die mit der Kamera fotografieren können. Aber das Problem ist dann halt immer, gerade hier mit diesem Berg, der wird dann auch dunkler. Und deswegen ist es in solchen Fällen meistens sogar besser, das Ganze dann in der Bildbearbeitung zu machen. Ich kann ja auch hier diesen Verlaufsfilter benutzen. Und da werde ich als erstes hier mal die Belichtung und den Kontrast wieder auf Null stellen. Mit einem Doppelklick hier auf den Namen oder auf die Beschriftung kann ich das ganz einfach wieder nullen. Und dann werde ich jetzt hier einfach mal mit gedrückter Maustaste mir einen Verlauf von oben nach unten ziehen. Oben ist der Verlauf dann zu 100% angewandt. Also alles, was ich jetzt hier einstelle, wird oben komplett angewandt. Und hier unten unter der untersten Linie dann gar nicht mehr. So, und jetzt kann ich ja hier einfach mal die Belichtung nach unten ziehen. Dabei ist auch ganz wichtig, dass ich hier die Belichtung benutze und nicht die Lichter. Weil ich finde irgendwie bei den Lichtern, naja, da ist der Effekt irgendwie nicht ganz so cool. Gerade wenn ich das in Verbindung mit der Belichtung noch mache. Meistens sieht das dann nicht mehr ganz so schön aus bei den Lichtern. Deswegen nehme ich hier lieber eigentlich die Belichtung. Weil das hat auch eigentlich genau den gleichen Effekt wie so ein Verlaufsfilter, wenn ich den direkt benutze vor der Kamera. Und jetzt dunkel ich das Ganze hier einfach mal um ungefähr anderthalb Blendenstufen ab. Jetzt sieht das Ganze schon ganz gut aus. Nur der Berg, der wird hier halt auch wesentlich dunkler. Und jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten, wie ich dem entgegenwirken kann. Früher, in früheren Lightroom-Versionen, also falls du jetzt eine frühere Lightroom-Version benutzt, noch nicht die CC-Variante, also nicht die Abo-Variante, dann konnte man das Ganze relativ einfach auch hier zum Beispiel mit dem Tiefenregler, also die Schattenaufhellen hier regeln. Dadurch helle ich jetzt hier den Berg quasi wieder auf, aber nicht den Himmel, weil der ist ja schon hell. Der Berg ist dunkel. Und wenn ich jetzt die Tiefen wieder aufhelle, dann wird der Berg auch entsprechend wieder heller. Wenn ich jetzt diesen Filter hier mal ein- und ausblende, dann siehst du, dass der Berg eigentlich jetzt fast genauso geblieben ist, nur dass der Himmel halt dunkler geworden ist. Also geht eigentlich relativ einfach hier mit diesen beiden Reglern. In den neueren Versionen kann man jetzt auch was anderes nutzen, und zwar hier unten die Bereichsmaske. Mit dieser Bereichsmaske, da kann ich das Ganze auf Luminanz stellen, das heißt, die Helligkeitswerte werden jetzt hier analysiert. Und jetzt habe ich hier unten einen sogenannten Bereich. Wenn ich jetzt hier die Luminanzmaske einmal anzeige, alles was rot ist, wird jetzt quasi von diesem Filter bearbeitet. Und jetzt kann ich hier den Bereich einstellen, welche Helligkeitswerte ich bearbeiten möchte. Und da möchte ich jetzt mal dieses Dunkle hier von dem Berg rausnehmen. Ich möchte also wirklich nur den Himmel bearbeiten. Und deswegen nehme ich jetzt hier mal die dunklen Bildbereiche raus, und schon siehst du, zack, bearbeiten wir jetzt hier nur noch den Himmel. Und ich nehme jetzt hier einfach mal von 50 bis 100. Ich kann jetzt hier auch die Glättung noch einstellen. Also da kann ich das entweder ein bisschen weicher machen oder auch ein bisschen härter, die Kanten hier. Ich stelle mal die Glättung hier so auf 35. Also ich mache es ein kleines bisschen härter. Dann hat man hier noch so bestimmte Bereiche hier oben in dem Felsen drin, die noch so ein bisschen mitbearbeitet werden. Finde ich jetzt aber an der Stelle gar nicht so schlimm. So, und jetzt hat man auch hier wieder genau den gleichen Effekt im Prinzip erzielt. Also der Himmel wird dunkler, der Berg an sich erstmal nicht, außer die ganz hellen Bereiche hier in dem Berg. Der Schnee hier oben, der wird so ein bisschen dunkler. Die dritte Möglichkeit ist, dass ich jetzt hier auch mit dem Pinsel noch arbeiten kann. Das heißt, ich klicke jetzt hier einmal auf Pinsel. Und dann könnte ich mir jetzt hier diesen Verlauf über dem Berg quasi wieder rauszeichnen. Ich klicke jetzt hier mal auf automatisch maskieren. Das heißt, ich kann jetzt hier auch so ein bisschen über den Himmel drüber malen, ohne dass hier was passiert. Die Größe von dem Pinsel stelle ich mir hier noch ein bisschen kleiner. Weiche Kante 100 ist auch ganz gut. Und jetzt kann ich hier mit gedrückter Optionstaste diesen Pinsel einmal auf Minus stellen. Und jetzt male ich das Ganze hier quasi aus dem Berg wieder raus. So, und jetzt sieht man auch hier gerade hier unten schon, dass dieser Effekt jetzt hier wieder weg geht. Und jetzt könnte ich theoretisch auch diese Luminanzmaske hier wieder rausnehmen. Ich stelle jetzt hier mal den Bereich wieder von 0 bis 100. Das heißt, wir haben jetzt hier keine Luminanz mit drin. Ich stelle die jetzt hier mal wieder auf aus. Und trotzdem haben wir jetzt genau den gleichen Effekt wieder. Vorher, nachher. Also, es gibt im Endeffekt drei Möglichkeiten. Und je nach Bildmotiv geht es etwas einfacher, indem ich zum Beispiel nur die Tiefen aufhelle. Oder auch vielleicht mit dem Pinsel arbeite. Und bei schweren Motiven kann man dann hier relativ gut die Bereichsmaske benutzen. Welches du am Ende benutzt, ist natürlich komplett dir überlassen. Ich klicke jetzt hier einmal auf schließen. Ich würde jetzt hier vielleicht noch so ein bisschen den Weißabgleich einstellen. So. Aber grundsätzlich ist das jetzt hier ein wunderschönes Bild, was auch gut belichtet ist. Welche Methode verwendest du am liebsten? Schreib es mir gerne unten in die Kommentare. Würde mich sehr freuen, wenn wir da ein bisschen in die Diskussion kommen. Ich bin ja der Meinung, man muss nicht immer die vermeintlich beste Variante, was jetzt hier in dem Fall die Luminanzmasken wären, muss man nicht immer verwenden. Manchmal gehen auch die einfacheren Methoden, wie zum Beispiel, dass ich einfach die Tiefen wieder etwas auffälle. Es kommt halt, wie gesagt, aufs Motiv drauf an. Also, schreib es mir gerne in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt drauf. Das war es mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und wenn ihm so ist, kannst du gerne einen Daumen nach oben geben. Und wie gesagt, schreib mir unten in die Kommentare, welche Methode du am häufigsten verwendest. Außerdem, wenn du Bock hast, Lightroom noch näher kennenzulernen, ich habe zwei Videokurse in meinem Online-Store. Da kannst du mal raufschauen, www.stephanschäfer.de. Würde mich sehr freuen. Und ich hoffe natürlich, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin sage ich jetzt Tschüss. Viel Spaß beim Fotografieren und Bildbearbeiten.